Musik Musik Unser Gasthof liegt in Seehausen am wunderschönen Staffelsee. Das Besondere bei uns ist, dass wir hier ein denkmalgeschütztes Haus haben. Den Gasthof gibt es seit 1916 34. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir vom Gasthof zum Stern sind ein traditionsreiches Haus, erstmals 1634 erwähnt. Wir pflegen eine regionale, traditionsreiche Küche mit Produkten von unseren Bauern, Fischern, einheimischen Produzenten und so nach dem Motto Homas Küche. Wir haben sehr viele Veranstaltungen wie Hochzeiten, Betriebsfeiern, Geburtstagsfeiern, sämtliche Familienfeste. Genauso pflegen wir unsere à la carte Gäste. Sprich, wir haben viele Einheimische hier. Zum Frühschoppen am Sonntag, zum Kartenspielen. Genauso ist unser Biergarten. Wunderschön zum Sitzen mit unserer neugebauten Grillhütte. Einfach zum Genießen. Bei uns ist es nicht nur im Sommer sehr schön. Auch im Winter gibt es einiges zu erleben. Zum Beispiel, wenn der See zugefroren ist oder eine Wanderung im tief verschneiten Murnahar Moos. Kommen Sie zu uns. Überzeugen Sie sich selbst. Wir werden alles tun, dass Sie sich wohlfühlen bei uns. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017